Guten... Oh Gott, wie komisch ist es, dass ich so als erstes fällt. Guten Morgen, Freunde. Ich bin hier mit meinem lieben Rikki. Hi. Auf jeden Fall. Gehen wir heute ins Gym. Weil wir beschlossen haben, dass wir mal wieder ein bisschen... Ja, mal ein bisschen wieder in so eine Routine reinkommen oder einfach mal wieder ein bisschen produktiv sind. Weil ich war jetzt seit zweieinhalb Wochen nicht im Gym. Davor war ich zwei Wochen Skifahren, hab ich zwar Sport gemacht, aber auch nicht im Gym. Heißt, war seit einfach einem Monat nicht im Gym. Und du? Eckart. Ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder im Lande. Also so halb. Also vor zwei Wochen bin ich wiedergekommen. Und hab seitdem auch exakt nichts für meinen Körper getan. Ja, schön. Deswegen gehen wir jetzt mal ins Gym und versuchen mal die nächsten Tage ein bisschen... Wie gesagt, früh aufzustehen, ein bisschen was zu machen. Wir werden heute noch Skisachen kaufen gehen. Und... Ja, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit ins Gym. Leute, es ist wirklich schrecklich. Also, ich verstehe nicht, wie man so wenig Motivation haben kann. Für irgendwas. Ich glaube, weil wir halt so raus sind, ist es jetzt einfach... Oh Gott, hält das? Ja? Also, weil wir so raus sind, ist die Motivation so gar nicht da. Wir wollten eigentlich um 9 Uhr los. Jetzt ist es einfach 10. Halb 11. 20 nach 10. Oh mein Gott. Ja, okay. Hat nicht funktioniert. Wir haben eigentlich noch voll viel zuvor heute. Und da wir gerade hier beide kein Auto haben, mit dem wir rumfahren können, dauert es alles halt noch länger. Ja, das ist keine kompliziert. Sie stehen hier. Aber wir haben ja keine Wahl, weil wir müssen ja immer wieder ein bisschen on track hier kommen. Mein Gott, ist das toll. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Leute, wir sind jetzt in so einem Gym zum Probetraining. Wir müssen da erstmal 1000 Sachen essen. Und schauen wir mal, was wird. Also, was wird. Ciao. Nein. Nein. Heute. Leute, ich habe einen Snack. Was mir nachher schon nicht wird, weil ich Frühstück ja nie. Darf man hier so eigentlich trainieren gehen? Ich habe zwölf Minuten Seinspringen gemacht. Das ging immer besser. Und ich wollte noch kurz anmerken, dass ich mental von Saltspringen der größte Dreck war, wenn meine Brüste einfach die ganze Zeit wiederhöhung. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich bin jetzt auf Hip-Trust rumgestiegen. Mit 50 Spiele. Heute relativ low weight und viele Wiederholungen, einfach weil ich wieder reinkommen will. Ich will mich wirklich. Ich will mich wirklich. Ich bin jetzt auf Hip-Trust rum. 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 Leute, also wir sind fertig. Ich dehne mich jetzt noch. Wir werden gleich noch mal zum Gym Rating sein. Ist ja nicht lustig, weil wir werden jetzt ja viele Gyms die nächste Zeit testen und dann wäre es ja eigentlich ganz funny, wenn wir da so eine kleine Bewertung zu hätten. So, wir dachten jetzt, dass wir testen noch die Getränkewahrung. Weil ich ja sowas irgendwie immer liebe, aber meine Fasche ist ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Falkmeister. Leicht mittelstark, Wasser gekühlt, CO2. CO2. Gut, es wird so richtig klappen. 0,5? 0,3, mach 0,3 los. Ja, aber ich mach 0,5, dann mit 0,3 reingehen. Bist du bereit? Ja, ich hab's. Du kannst nichts dran halten, das ist voll eklig. Ich hab's super Angst vor dem Makrosi. Hä? Hä? Wir sollten 0,5 auskommen. Oh, das ist geil. Willst du probieren? Boah, ich will nicht wissen, was stark ist. Oh, aber es schmeckt wirklich wie diese Brause. Mhm. Weil, ist approved, ist ein bisschen komisch, aber es ist approved. Ich hab übrigens dein Handy, ne? Oh, okay. Willst du machen? Jesus. Okay, ciao. Jetzt kann ich das Ding hier auf die Konsequen. Ich hab halt jetzt zum ersten Mal seit wirklich vier Wochen wieder trainiert und... Warum krieg ich das noch auf? Bin ich jetzt komplett lost? Ah! Bitte, ich glaube, du bist hier einfach am falschen Spind. Also ich hoffe, dass jetzt mal aufgeht, aber irgendwie brauchst du immer noch gar nichts wieder. Ich hab schon gesehen, wie die das aufschneiden müssen, weil es nicht abgeht, Alter. Oh mein Gott, das ist offen. Das wär's bald nicht gewesen. Bitte...